Und damit herzlich willkommen zu unserer heutigen Stunde. Unser heutiges Thema heißt Drums Alive. Das setzt sich aus den zwei Wörtern Drums und Alive zusammen. Drums bedeutet dabei, ihr habt beide zwei Stöcke bekommen, zwei Stäbe. Damit werden wir gleich trommeln. Und Alive bedeutet, man ist dabei ständig in Bewegung, man bleibt einfach nicht stehen. Deswegen ist immer so, was wir machen. Ja, und das ist eine Sportart, die hat mir zumindest immer sehr viel Freude bereitet. Und deswegen wollen wir die heute mit euch machen.